Herzlich Willkommen, gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start mit diesem frostigen, aber sonnigen Tag. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben Wochenende vor der Tür. Ich hoffe, ihr werdet ein wunderschönes, besinnliches Wochenende mit euren Geliebten haben. Gucken wir aber erstmal, was der Markt hier macht. Wir haben einen kleinen Weihnachtsanstieg, den wir hier gerade sehen. Selbst der FTT-Token hier ist gut nach oben gegangen. Schaut euch das mal an. Denn wir sollten auf jeden Fall hier reingehen. Das ist natürlich reinste Ironie für die, die neu auf dem Markt sind und nicht verstehen, was hier in der letzten Zeit passiert ist. Das hat vielleicht einen Grund, wieso das so ist. Denn der gute Sam wurde an die US-Regierung übermittelt von den Bahamas aus und ist jetzt wieder auf freien Füßen. Ja, man glaubt es nicht, oder? Das gucken wir uns gleich an. Ganz kurz und knapp. XRP wird in Dubai von einem extrem großen Immobilienentwickler und Immobilienunternehmen erlaubt als Zahlungsmittel für luxuriöse Gebäude-Apartments. Wunderschöne, interessante News. Es ist nicht nur XRP. Es gibt auch einige weitere Coins. Welche das sind, das schauen wir uns gleich an. Es gibt sehr interessante Charts und Metriken. Stockman & Lizard hat uns interessante Charts hier präsentiert. Das werden wir uns auch gleich angucken. Am Ende bewerten wir den Markt etwas selbst. Wir haben extrem starke Put-to-Calls, wenn es um Aktien geht. Und das ist meistens ein Zeichen, wenn viele den Markt shorten, dass wir eventuell noch einen letzten kleinen Anstieg sehen werden. Okay, tauchen wir ein, Leute. Der gute Sam sagt, er hat fast nichts mehr über und er wird auf seinem Konto nur noch 100.000 Dollar draufhaben. Das ist das Letzte, was er gesehen hat, als er draufgeguckt hat. Kann hier aber vor Gericht 250 Millionen als Kaution dalassen, damit er raus kann. Er darf jetzt nicht frei rumlaufen. Er wird mit einer Fußfessel in der Immobilie seine Eltern sich nur aufhalten dürfen. Aber nichtsdestotrotz, Leute. Wo hat er die Kohle her? Wo hat er auf einmal wieder 250 Millionen her? Was soll dieser Mist? Und warum erlaubt man denen hier überhaupt rauszukommen? Warum wird die Frage nicht gestellt, wo hast du die 250 Millionen her? Sind das schon wieder Kundengelder? Was ist hier los überhaupt? Guckt euch mal diese Fratze an, wie er auch noch dreckig in die Kamera grinst. Ich kann das einfach nicht glauben, Leute. Man kann diese Story einfach nicht glauben. Er war einfach nur eine Woche im Knast in den Bahamas und hat darum gebeten, in die USA übermittelt zu werden, weil er es dort nicht mehr ausgehalten hat. Und dann habe ich ja das Bild gestern gezeigt, wie er mit seiner Windeltüte abgeführt wird. Jetzt ist er in den USA und kommt direkt raus. Unglaublich. Wir haben aber auch positive News. Schaut euch das an. XRP wird als Zahlungsmittel bei einem Top Dubals Immobilienentwickler angenommen. Es ist nicht nur XRP, es gibt weitere Coins. Das schauen wir uns gleich unten an. Es wurde ein Immobilienkomplex gebaut mit einem Wert von über 3 Milliarden. Und es ist ein sehr nachgefragter und luxuriöser Immobilienkomplex. Und dort kann man mit XRPs einkaufen. Nicht nur mit XRPs, sondern mit USDT, Bitcoin, Ethereum, USDC, Litecoin, Bitcoin Cash, Link, Chainlink auch, Uni, Compound und Shills. Und noch weitere 8 Kryptowährungen. Schade, dass ihr die nicht genannt habt. Aber auch hier Leute, viele schreiben immer Litecoin und Bitcoin Cash ab. Aber wie ihr sehen könnt, auch hier werden sie als Zahlungsmittel angenommen. Ich sage es immer wieder. Die, die neu auf Krypto, auf diesen Kryptozug aufspringen, die nehmen meistens auch noch Dash mit rein, Litecoin mit rein, Bitcoin Cash mit rein. Und viel zu viele schreiben sie zu früh ab. Schauen wir mal, wie das in der Zukunft laufen wird. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen dafür. Und ich wüsste nicht, mit welcher anderen Security man Immobilien kaufen könnte. Die SSC streitet ja gerade darum mit Ripple, dass XRP eine Aktie wäre. Nennt mir eine weitere Aktie, womit man Immobilien kaufen kann. Und jetzt schaut euch mal diesen Put-to-Call-Ratio an. Put ist Verkaufen, Call ist Kaufen. Und wir haben hier einen zweifach höheren Put-to-Call-Ratio gehabt. Das heißt, der Großteil der Marktteilnehmer wetten hier auf einen fallenden Kurs. Und was macht der Markt meistens? Der Markt macht meistens genau das Gegenteil. Und die meisten werden liquidiert. Das schauen wir uns gleich auf den Charts an. Dieser Chart zeigt uns hier auf jeden Fall, dass wir eine signifikante Bewegung haben, wenn es um den Bitcoin Long-Term Supplies geht. Das heißt, um die Bitcoins, die langfristig gehalten werden. Und jetzt schaut euch das mal an. In dieser unteren Phase, in dieser Wyckoff-Accumulation-Phase, wo wir uns befinden, ist der Long-Term Holder's Supply bei Bitcoin stark durch die Decke gegangen. Wir haben hier bei diesem Black Swan Event mit FTX einen kleinen Einknicker gehabt. Aber dann ging das Ganze wieder schön weiter nach oben. Ein positives Zeichen, dass wir uns in der Bodenbildungsphase befinden. Stock Model Lizard hat hier den Peak vom 2021er Bull Run und den 22er Bärenmarkt-Tiefpunkt und den 2013er und 2015er Bärenmarkt-Tiefpunkt verglichen. Er hätte ja auch ruhig den 2017er und 2019er reinbringen können. Wir haben hier ähnliche Verläufe gehabt. Wir haben einen lokalen Top gehabt, nachdem wir den Peak, den All-Time-High erlebt haben. Auch hier 2015. Da sind wir eingerasselt, haben einen sehr, sehr starken Resistance-Bereich gebildet. Einen Double Bottom mit einem Lower Low, was wir auch hier getan haben. Sind nur etwas weiter runtergegangen mit diesem Lower Low. Mal sehen, ob das jetzt wie in der Vergangenheit die Bestätigung dafür sein wird, dass es der Boden war. Und dann fing diese starke Rallye an. Lasst euch nicht beirren, das geht nicht so schnell, weil viele denken, sie werden keine Zeit zum Einkaufen haben. Denn diese Bewegung hat ungefähr drei Jahre gedauert, Leute. Darum so schnell geht das nicht. Es sieht hier auf den Chart nur so aus. Stock Money Lizard hat hier weiterhin die All-Time-Highs und die Bärenmärkte mit den High-Kenachi-Charts verglichen. Und wir haben immer wieder das gleiche Verhalten. Wir haben immer wieder einen starken Falling Wedge. Und am Ende, wenn wir hier angekommen sind, wenn der Druck zu stark wird, haben wir meistens einen Release. Wir haben einen schönen starken Anstieg mit einer Rallye meistens danach. Und dann gehen wir langsam über die Halving-Phase hinaus in den Bullrun hinein. Der höhere Put-to-Call-Ratio in der Börse weist eigentlich darauf hin, dass die Börse eventuell noch weiter hochgehen wird. Denn wenn sehr, sehr viele auf einen fallenden Markt wetten, haben wir meistens noch eine kleine Rallye nach oben. Und diese Weihnachtsrallye bis zum Ende des Jahres Dezember kann passieren. Wir können hier einen kleinen Anstieg noch sehen. Dann werden diese ganzen Short-Positionen liquidiert, bevor das Ganze hier wieder weitergehen kann. Und wir dann letztendlich einen stärkeren Crash sehen können, beziehungsweise einen stärkeren Abverkauf. Ob es passiert, das werden wir sehen. Wir können hier nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Hier Japan hat jetzt selbst auch hier eine kleine, kleine Erholung gesehen heute. Schaut euch das mal an. Wir sind wieder ein kleines bisschen hochgegangen. Was man hier aber nicht vergessen darf ist, das war die Auswirkung dessen, dass die Prozente für die 10-Jahres-Staatsanleihen etwas angehoben worden sind. Die Equities, die Börse hatten hier natürlich gelitten in Japan. Deshalb, wir sind aber, was wir nicht vergessen dürfen, in die All-Time-High-Bereiche hier einmal reingekommen, bevor wir diese Rejection erlebt haben. Bei Bitcoin haben wir hier gestern eine rasante Entwicklung mitgenommen gehabt. Ich habe hier in dem Bereich eine Short-Position geöffnet gehabt, als wir gestern eingesackt sind und letztendlich diese unteren Bereiche hier angetestet haben. Und ich gesehen habe, wir fallen nicht stärker als diese Bereiche hier und haben dann wieder einen leichten Pullback nach oben gesehen, habe ich gedacht so, nein. Auf die Art und Weise, wie wir so stark runtergegangen sind, sah es mir einfach zu manipuliert aus und ich dachte, ich schließe die Position hier jetzt. Ich habe mit 3 oder 4% geschlossen gehabt, habe ein kleines bisschen höheren Hebel drin gehabt, habe gedacht, ich nehme die Gewinne lieber mit, das sieht mir zu unsicher aus und dementsprechend war es auch so, wir sind jetzt wieder hochgegangen, wieder in die Bereiche der 13er Fibonacci EMA Ribbon, haben hier jetzt erstmal diese Resistance, die wir zu brechen haben. Mal sehen, ob jetzt in dieser Weihnachtsphase ein kleinerer Anstieg nach oben zu sehen ist, vielleicht in diese Bereiche schon wieder. Sollten wir hier in diese Bereiche gehen, werde ich hier anfangen, wieder leichte Short-Positionen zu eröffnen. Aber gut, das schauen wir mal, wie es kommt. Wir sehen uns erstmal heute Abend beim Livestream, Leute. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out!